Heiß, heißer Sonja Kraus. Die TV-Blondine sorgt mit ihren Schnappschüssen auf Instagram regelmäßig für Schnappatmung bei ihren Fans. Egal ob mit sexy Beinschlitz oder im Bikini, Sonja verdreht vor allem den Männern gehörig den Kopf. Und besonders ihr neuestes Posting verschlägt ihren Followern die Sprache. Zumindest vorerst. In einem hautengen roten Kleid steht die Moderatorin am Fenster und blickt in die Ferne. Ihre blonden langen Haare fallen ihr in großen Wellen über die Schultern. Doch das eigentliche Highlight ist die knackige Kehrseite der 45-Jährigen. Die wird nämlich von einem Reißverschluss betont, der vom Nacken bis über den Po reicht. Dazu sexy Highheels und schon gibt's keinen Halt mehr. Wow, echt schöne Aussicht. Fast so bezaubernd wie von vorne, aber in jedem Fall umwerfend. Und? Du bist eine tolle Frau, sexy und attraktiv, heißt es unter dem Schnappschuss. Dass sie mit diesem Foto eine Welle der Begeisterung entfacht, das hätte die Blondine nicht gedacht. Oha Jungs, für mich hätte das Foto irgendwie was Besinnliches und nix Sinnliches. So kann man sich irren, scherzt Sonja in den Kommentaren. Ob wir ihr das glauben können? Sonja ist sich mit Sicherheit ihrer Wirkung auf Männer bewusst.